willkommen zurück zu let's play splatoon online heute mit dem schwapper ich zitiere ein für den kampf entworfene eimer mit recht großer reichweite je nach winkel können mit ihm auch gegner in höheren gelegeneren positionen oder hinter wänden getroffen werden ja der schwapper wurde mit dem august update hinzugefügt hat die instabombe und erstmals auch ein inferno und ein entfernung ist op die borinsel ist geworden ja das inferno schießt man einfach ab werdet ihr dann schon sehen wenn ich es habe und im gegensatz zu schusswaffen tut man einfach hier die tinte einfach rausschütten das war's ihr fähig für schmale gänge die sogenannte spritzschwimmtechnik wird auch bei blasen häufig genutzt und ich mache mich hier erst mal kurz an die schöne große fläche hey ist schon die entfernung die entfernung schlägt irgendwo ein und fährt hat eine recht groß im bereich ein zack jetzt diesmal in der nähe der gegner ja ihr seht schon ist gut zum einfärben deswegen setze ich mir auch ein ziel von mindestens 850 punkten pro match das ist so die untergrenze da ist gerade blauf los im depot und von senautitus dran sind werde ich auch keine andere grenze setzen für entsprechend der jess und da war während ich einfach nur versteckt da sind jetzt aber ganz schön viele entfernt ist auf einmal los natürlich hier vorne beim sporn die punkte liegen lassen weil die sind sicher kann dann keiner mehr nehmen und überall blaue farbe ist schissikowski immer schön voll machen und dann am besten direkt abschließen wird zwar keinen sinn macht anscheinend das direkt abzuschließen immer sofort machen da macht man nichts falsch nein danke ich bin ja wie immer nicht so aufs killen aus sondern mehr so auf die jagd und natürlich unten noch einfärben sind auch recht und ihre punkte und wo die meisten überhaupt nie dran denken ist zack wenn jeder einmal lang gelaufen sind meine gegner so bei uns nix da immer schön die eigene farbe überall wo es nur geht hin machen und wenn es da ist weil ich will dann halt hier sieht aus wenn ich die grenze von 850 punkten erreicht die ich mal dahinten die einzige fläche mit blauer farbe derzeit bin und ich glaube ich krieg die meine kotzkanzel noch nicht mehr erreicht weil hier sind keine gegner doch da hinten sind sie da oben drauf stellen ist eigentlich nie falsch und dann am besten hier noch den hier mitnehmen natürlich nicht zu viel mitnehmen wollen an farbe und kaum ein ziel von 850 nein ganz knapp nicht ist auch schwierig 850 punkte mit einem eimer winter rg also der opsten waffen spiel zum einfärben er war schon will ich dann mindestens das sage ich jetzt schon mal mein ziel 1300 aus dem spiel weil es ist absolut kein problem aber mit dem schwapper 800 punkte passt aber die gegner hat auch ein disconnect ok desto mehr gegner desto mehr zum einfärben ist natürlich auch aber shit ruf kennt ihr das ihr seid in der lobby sechs spieler sind da müsst fünf sekunden auf den siebten spieler warten fraut euch die achte kann ja auch nicht mehr lange dauern bis er kommt und dann kommt er einfach mal so um die zwei minuten nicht ich jetzt mal krise wenn das so was ist weil es natürlich auch aufregt und ich habe auch nicht immer 100 stunden für die aufnahmezeit weil meine mutter nicht so lange im keller nämlich an die früche lief weil der so gut für dich nicht und du nicht schon die halbe ewigkeit heute geschwitzt hast weil ich viel zu warm hier ist und ich habe den nicht gekriegt wo bin ich gerade gut den hätte ich eigentlich kriegen sollen weil dünner rolle ist wirklich recht einfach zu besiegen wenn man aufpasst ist auch dieses tanzer war ein irre starker gegner weil ich mir jetzt abgewöhnt ist dieses ja ja genau dieses einig sehe ich mir jetzt eindeutig abgewöhnt weil ja ihr seht der shopper ist scheiße ist einfach nur zum färben ausgelegt aber auch gut dass ich nicht gekriegt habe weil sonst welchen markiert gewesen denn der hatte rache drauf heißt sobald ich ihn tisch wenn ich will dass ich das rechtliche team vom gegner angezeigt das ist recht fies ich sollte mal darunter gehen das meine ich auf die distanz ist der dünner rolle ok nein kommen wenn er da schon nur rumsteht dann soll ich ihn doch wenig erwischen können sagt die perno weg auch kaum ich hätten jetzt überhaupt nicht gekriegt blöder in sepp alle in seppchen habe ich bis die ag gekriegt habe auch eigentlich immer benutzt spielst nämlich ähnlich und ja ist halt vor allem für das eins gegen eins ausgelegt ursprünglich eine hilfswaffe aber die hat sich dann in der geschichte soweit nach vorne gedrungen und wollen auch ein bisschen stärker gemacht glaube ich auch ja jetzt bist du halt schon da würde mich hier verpissen ja ich habe mal jemanden gekriegt juhu ruide freude eierkuchen und krieg mein ziel mal wieder nicht hin hier ist auch viel zu wenig mehr zum eins werden da wollte ich es eigentlich nicht hin haben ich wollte nach oben trotzdem klar geworden was man dringend üben muss wenn man das entfernt spielt auch das direkte abschließen von den fernos soweit man drückt muss eigentlich instante fast auf die auf den klopf drücken und ich bin einfach mal so bescheuert und gehen den von mir schon gerade ersten rankampf ja fast deswegen weil sorry 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 weil ja ich war auf a und was passiert die letzten 20 matches einfach mal verloren bin jetzt der knallhart auf b plus und bin jetzt hier bei 60 und das ist miserabel so erstmal sind hinferno voll machen das ist nämlich hier extrem wertvoll natürlich herrscht wow und das war ja ich glaube dass mensch werden wir wieder verlieren ich habe einfach keine pechsträhne und dann ist noch der modus dran wie ich am wenigsten kann herrschaft schön tonkommand ist mein hass modus kann ich aber trotzdem immer noch besser als herrschaft so hallo tim ferno einmal umfärben eigentlich dann war es das erstmal schon zack und dann hat der gegner mal wieder packt hat ja was soll ich mit schwapper hier ja ich bin mal wieder nicht motiviert sind jetzt der grund macht herrschaft nicht ich mag den schwapper nicht gibt waffen nicht mehr hasse aber wieso habe ich nicht gekriegt das eine verteidigungs mini da hätte jetzt auch nicht ausschlaggebend sein dürften sollen was auch immer mögt ihr zu tun und wenn ja welchen waffen geht ihr ganz gerne wenn ich selber habt das ist eigentlich auch mal recht interessant das nicht so was ich jetzt machen will ich mich nach hinten verpissen für genau diesen fall und jetzt hier in erneut rein ich hätte die andere richtung bringen sollen immerhin habe ich nun die ferner auch eingekriegt das ist nämlich auch möglich ich sollte mir hier mal so einen kleinen schleichweg gönnen der sollte reichen damit schneller hier lang geht weil ich gern die von trall drauf sondern immer schön der map hier so lang ist einfach besser glaubt mir ich sollte jetzt wie eigentlich auch auf eine kd schütten einfach hier darauf feuern und hier muss man wieder so inkompetent schickte einzelne fern noch einfach nehmen und die kommen einfach nicht das geht gerade ab da hat jemand ist der bomb hagel nicht ist der bomb spürbom habe hat was außerdem mit meiner lieblings ihr wisst wahrscheinlich rolle art zu tun da kapron roller dekos nämlich der einzige der den spürbom hagel hat hey funfax und quiver solcher mal anfang format habe ich schon lange geplant sogar schon bevor ich in der speckern angestellt habe ich habe dafür als wenig zeit ich bin auf dem gymnasium 9. klasse scheint gut auszusehen hier das war dumm shit ach ne doch nicht wir haben eine sekunde schluss nice 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 n ein kalt eine kalt speise die gerne im sommer gegessen geht zur abkühlung ich hatte keine tippe ich habe mir ernst hätte ich sonst gehabt und wieso stellt er da heute sprung wohl hier man kann jederzeit zum start springen absolut keinen sinn auch kommt die gewinnen jetzt hier nicht noch ne nein das tun sie nicht weil ich das verhindern werde oder auch nicht hallo carbon roller hallo nein ihr inkompetenten spaß nein los hä wieso kam noch das geld dass wir den zähler angehalten haben betrug betrug nein tschüss ich bin weg und dann noch 13 abzug ja fuck you splatoon gut 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 gut